hey micha ich finde es ist freiheit einfach morgens in frieden aufzustehen es ist freiheit aus kulinarischen genüsse einfach auswählen zu dürfen was ich essen kann es ist freiheit meine gedanken frei äußern zu dürfen hinfahren zu dürfen wo ich möchte gefühle auszudrücken frei von erwartungen von menschen zu sein jesus nachzufolgen und ja gut auch wie ein vogel frei fliegen zu können und es ist auch freiheit mit so einer verkleidung hier das video für dich zu machen wo bist du bloß die fäden von mir ein tor immer mehr steigt die sehnsucht nach dir ein